Und die mittelständischen Unternehmen sind es, das haben Sie von der Linken nie verstanden, deswegen ist auch schon die DDR gescheitert. Wohlstand und Wachstum schafft man nicht durch Umverteilung, sondern durch starken Mittelstand in Deutschland, meine Damen und Herren. Und das unterscheidet uns zum Beispiel auch von Frankreich. Kleine Lehrstunde für Sie.